Ich habe beide nicht gesehen. Ich bin losgesprungen, beim ersten direkt hängen geblieben, dann hat es so einen Stolperschritt und der zweite hat wieder den Rest. Uff, das ist der beste Ausdruck. Das ist der erste Ausdruck. Ich bin ausdruck. Der Arschluss ist sehr orang. Ich bin ausdruck. Oh, ich bin ausdruck. Ich bin ausdruck. Musik Wow Wow Woohoo Sick Woo Wuuuuh! Das ist ein geiler Wein. Ja? Ja. Du bist mein everything. Arequipa, Arequipa. Du bist in South America, Arequipa, Magic City. Oh, my car, where all the dreams always come true. Der Titichaca-See gehört zusammen mit Timbuktu zu den wohl exotischsten Orten, die sich ein Deutscher vorstellen kann. Titichaca-See. Exportschlager Nummer 1 ist nicht, wie viele denken, die Inca-Cola, sondern selbst genähte Handtücher. Doch europäische Rucksackreisende, sogenannte Cashbackers, zerstören die wunderschöne Idylle. Forscher der Universität Lima fanden jetzt sogar heraus, dass die Floating Islands untergehen würden, würden sämtliche Touristen gleichzeitig darauf stehen. Erschreckend. Warte! Der heutige Lager ist folgendes, wir können morgen 40 Stunden auf einen Ausflug gehen, von 6 Uhr morgens aufstehen, oder was viel geiler ist, wir können heute Abend saufen, richtig Fälle drauf machen, auspennen und dann vielleicht mit 2 von 6 Zeit sehen. Hauptsächlich heute Abend saufen. Abfahrt! 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 Die Weltstabler! Jaaaah! Und gescheit! Abfahrt! 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 Das ist so cool. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018